Hallo YouTube, liebe Menschheit, hallo Community. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu mal gerne einen Beitrag mache, Beiträge erstelle zu Wörtern, die mir gefallen. Die schöne deutsche Sprache bietet viele, viele schöne Wörter und Wörter sind Datenträger. Ja, zur Verbindlichkeit, da macht es vielleicht mal Sinn, sich erst mal eine Definition durchzulesen. Heutzutage wird ja damit eher ein ökonomischer Begriff verwendet. Die Verpflichtung eines Schuldners zur Leistungserbringung gegenüber seinem Gläubiger. Man kann vielleicht daran schon erkennen, wenn wir diesen Begriff eigentlich nur noch als wirtschaftlichen, transaktionellen Begriff im Austausch von Gütern begreifen, dass dieser Begriff für unser Zusammenleben an Bedeutung verloren hat. Aber warum ist das so? Warum ist Verhalten heute so undefiniert, so laissez-faire? Warum ist es möglich, sich zu verhalten, wie man eben gerade mal so will, auch wenn man die Grenzen anderer permanent überschreitet? Wieso müssen die diese Grenzen, diese Grenzverletzungen eigentlich ständig ertragen? Warum sind wir eine Gesellschaft geworden, in der es plötzlich legitim scheint, dass Menschen, mit denen wir zum Beispiel zusammen sind, sich grotesk verhalten? Ungebührlich? Verletzend? Untreu? Herabwürdigend? Respektlos? Und das müssen wir dann hinnehmen. Wie sind wir da hingekommen, dass wir keine Verbindlichkeit mehr erwarten? Deswegen, um das mal wieder ins Bewusstsein zu rufen, wie wichtig dieser Begriff ist, und es ist beschämend, dass ich, glaube ich, diesen Begriff so gut wie nie verwendet habe in meinen Beiträgen. Umschrieben ja, aber nicht verwendet. Und das ist eine große, große Bildungslücke von mir gewesen. Kann man nicht anders sagen. Aber der Begriff taucht auch nicht in euren Kommentaren auf. In all den Kommentaren der letzten Jahre bin ich, glaube ich, nie über das Wort Verbindlichkeit gestolpert. Und das ist auch kurios. Also haben wir es mit einem Mangel zu tun, liebe Community. Und den möchte ich heute ausräumen. Dass dieser Begriff etwas ist, was wichtig ist. Er umschreibt etwas, was wichtig ist. Und dieser Begriff ist nun ein Werkzeug wieder, wiederentdeckt, emporgehoben aus dem Sumpf toter, kaum noch verwendeter deutscher Begriffe in die Gegenwart. Zum Zwecke der Navigation auch der Geschlechterdynamik. Aber nicht nur derer. So, also, Definition laut Wikipedia. Ja, da haben wir es schon. Also wenn ich schon auf die erste Seite gehe. Verbindlichkeit versteht das Schuldrecht die Verpflichtung des Schuldners. Da komme ich als allererstes hin. Aber hier steht Begriffklärung. Wollen wir mal draufdrücken. Verbindlichkeit steht für. Ich will nicht zu elektronischer Transaktion auch nicht. Ich will zum Sozialverhalten. Darum geht es hier ja. Verhalten, 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 Verhalten ist die Botschaft. Hier Wikipedia beschreibt, Verbindlichkeit ist ein Sozialverhalten zwischen Menschen. Man kann sie als eine Tugend auffassen. Sie war und ist eine soziale Norm. In einigen Gesellschaften, beziehungsweise bei einigen gesellschaftlichen Gruppen mehr als bei anderen. Verbindlichkeit bezeichnet die Konsequenz, Ausdauer, beziehungsweise Standhaftigkeit, mit der eine Person teils unter widrigen Umständen zu einer Zusage oder Absichtserklärung steht. Zusammenfassend wird es hier Versprechen genannt. Diese Absichtserklärung ist ja ein Versprechen. Also zu einer Zusage oder Absichtserklärung steht, die sie einer anderen Person oder anderen Person gemacht hat. Sie wird entweder bis zu ihrer Verwirklichung verfolgt oder klar widerrufen. Bestes Beispiel, ich treffe dich um drei Uhr, ich schaffe es nicht um drei, es wird klar widerrufen. Dasselbe auch Beziehung. Ich bin mit dir zusammen, wenn es nicht mehr so ist, wird es klar widerrufen. Eine Trennung wird klar und unmissverständlich ausgesprochen. So sollte das der ernstzunehmende Mann tun. Und auch eine Frau, die man ernst nehmen kann. Da wird nicht herumgeredet. Es wird klar widerrufen. Sie gilt als zwingende Voraussetzung für einen, also die Verbindlichkeit gilt als zwingende Voraussetzung für einen fairen und korrekten Umgang miteinander und impliziert Verlässlichkeit. Im übertragenen Sinne wird folglich Verbindlichkeit auch mit einer zuvorkommenden Freundlichkeit gleichgesetzt. So, wieso gibt es so viel Musik über Liebe? Warum singen so viele Leute Love Songs? Wir brauchen mehr Verbindlichkeitssongs, Lieder der Treue, Lieder, die Loyalität besingen, Lieder, die Ausdauer und Zusammenhalt besingen. Liebeslieder sind billig. Liebeslieder sind Songs des Geflännes und der Jammerei. Aber Lieder der Verbindlichkeit, das wäre ein Genre, das würde ich abonnieren, da würde ich Merchandise kaufen, da würde ich zu Konzerten gehen. Ja. Okay. So, heute geht es also, wie gesagt, um Verbindlichkeit. Schnallt euch an. Und ich hoffe, ihr bringt Ausdauer mit. Weil es könnte etwas länger werden. Und im Anschluss von meinem Gerede gibt es dann auch noch zwei Community-Beiträge, die mir zugesandt wurden. Schon ein bisschen länger her. Jetzt bin ich aber dazugekommen, den Beitrag zu machen. Vielen Dank für die Zusendung. An die beiden Brüder. In meiner Tätigkeit als Coach habe ich häufig schon erlebt, dass manche Menschen Schwierigkeiten haben, sich Orientierung zu verschaffen in ihrem Leben. Das Leben ist komplex. Es war nicht immer komplex. Heute haben wir ein sehr komplexes Leben mit vielen Begriffen, mit vielen Wörtern, teils auch neuen Begriffen. Früher hatten wir weniger Begriffe und weniger Worte. Vielleicht sogar gar keine Sprache, wenn wir sehr weit zurückgehen. Aber wir hatten ein gefährliches und bedrohliches Leben. Mit mehr Wörtern haben wir mehr Kultur erschaffen können. Und Kultur schützt uns. Eine Gruppe erzeugt sofort eine Kultur. Herr der Fliegen. Kinder stranden an einer einsamen Insel und entwickeln sofort eine Kultur. Wir sehen das überall. Das Internet entwickelt eine Kultur. Es gibt eine Kultur auf Foren, in Reddit-Bereichen. Es gibt Kultur überall. Kultur entsteht zwangsläufig, weil wir uns organisieren wollen. Wir wollen eine Regel des Zusammenlebens oder des Zusammenwirkens etablieren. Der große verstorbene Theologe Hans Küng hatte einmal versucht, was heißt versucht, er hat es getan, das Projekt Weltethos. Und hat sich umgeschaut, welche allgemeingültigen moralischen Grundsätze man definieren könnte, die wir in allen oder so gut wie allen Religionen finden. Und ich will da jetzt nicht zu tief drauf einsteigen. Weil die Gefahr besteht jetzt schon wieder, dass ich zu weit von dem Begriff wegkomme, mit dem ich mich heute beschäftigen will. Aber all das, was ich sage, führt so ein bisschen drauf hin. Und ich hoffe, ich finde wieder die Kurve. Also, es ging darum, in einer Zeit der Veränderung, und diese Veränderung hat Hans Küng auch mit angestoßen, innerhalb der katholischen Kirche. Aber in einer Zeit von großen, großen Veränderungen, nach der Katastrophe des Holocaust, nach dieser unfassbar gigantischen Menschheitssünde, in nie gekannten Ausmaße, vielleicht danach herauszufinden, wie können wir Zusammenleben organisieren und Verlässlichkeit herstellen. Oder, wie ich heute sagen möchte, Verbindlichkeit. Ja, viele Leute benutzen wenige Begriffe, und mit wenigen Begriffen können wir nicht zum Ausdruck bringen, wie es uns geht. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Neulich saß ich auf einer Parkbank und durfte unfreiwillig ein Gespräch lauschen, das ein Junge mit einem anderen Freund geführt hatte. Und das ging ungefähr so. Ja, keine Ahnung, sie war total scheiße zu mir. Und dann fragt ihr der andere, ja, was hat sie denn gemacht? Ja, keine Ahnung, sie, ja halt, sie war total scheiße. Und niemand ist scheiße zu mir. So, das klingt natürlich erstmal lustig, aber womit wir es hier zu tun haben, ist natürlich ein Mensch, der nicht ausdrücken kann, was eigentlich jetzt bitte dieses Wort scheiße bedeutet und was da konkret eigentlich für ein Problem vorliegt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der hingeht und mit seiner ebenso jungen und unreifen Freundin spricht und ihr klar macht, dass sie scheiße ist, dann ist es, vielleicht wissen beide, worum es geht, weil sie weiß ja womöglich auch, wo das Problem in ihrem Verhalten liegt. Aber präzise Sprache führt ganz einfach dazu, dass wir verstanden werden, was wir eigentlich von dem Gegenüber haben wollen. Sprache ist also wichtig und auch im Bereich der Maskulinität oder der Manosphere, wie dieser schreckliche Begriff, den Bereich der Männergemeinschaft im Internet umschreibt. Gibt es hier auch Begriffe, die ich ja selbst auch benutze. Red Pill, Blue Pill, Purple Pill, den ganzen Spaß. Andere Begriffe werden herangezogen aus dem reichhaltigen Fundus der Menschheit, Hypergamie, ja, all diese Geschichten, um diesen Topos, ja, die Praxeologie der roten Pille irgendwie zu beschreiben und Orientierung zu bieten, maßgeblich vor allen Dingen Männern, die häufig sehr verloren sind heutzutage, weil sie glauben, Liebe ist einfach nur, ja, Liebe. In völliger Verkennung, dass Frauen zumeist anders lieben und anderes lieben als Männer und dass das natürlich ist und dass diese Natürlichkeit einen Sinn hat und dass man gewisse Dinge erwarten kann, an Verhalten auch und gewisse andere Dinge kann man nicht erwarten. Das Schöne also an dieser Geschlechterdynamik ist, dass sie natürlich ist. Mann und Frau sind Wesen der Natur. Wir werden bestimmt durch Gene und durch auch unsere Instinkte, die sehr, sehr animalisch sind. Als nächste Instanz obendrauf kommt dann unsere Rationalisierung, indem wir drüber nachdenken, warum ich jetzt eigentlich gerade so wahnsinnig viel Bock darauf habe, drei Typen Chips zu fressen. Wie kommt es dazu? Und dann schauen wir uns vielleicht im Internet um und merken, hoppla, diese Kartoffelchipsfirma hat mich die ganze Zeit fantastisch manipuliert. Und der Geschmack, das Gewürz, das Geräusch, selbst wie sich die Kartoffelchips anfühlen, wird designed, damit es diesen Trigger in uns auslöst, mehr davon zu essen. Wir sind Tiere und wer mit uns Tieren spielen kann wie mit einer Violine und Unternehmen versuchen das im Sinne der Werbung. Derjenige, der mit uns, also sehr gut, auf uns gut spielen kann wie auf einer Violine, kann uns natürlich auch steuern und manipulieren. Aber zurück, bevor ich jetzt wieder zu weit ausweiche, sonst wird das Ding wieder so wahnsinnig lang. Die Geschlechterdynamik ist eine Verbindlichkeit per se. Und was meine ich mit Verbindlichkeit? Wir können uns darauf verlassen, dass sie so ist, wie sie ist. Eine andere Verbindlichkeit sehen wir, ja, bei der Schwerkraft. Die Schwerkraft auf diesem Planeten ist so. Und man kann sich gegen die Schwerkraft wehren, indem man zum Beispiel springt. Aber dieser Sprung, die Schwerkraft sorgt dafür, dass wir wieder runterkommen. Und selbst unser Sprung wird gebremst, eben durch die Schwerkraft. Eine große Verbindlichkeit und Sicherheit also auf diesem Planeten ist die Schwerkraft. Aber auch die Geschlechterdynamik. Je mehr man diese Geschlechterdynamik erkennt und akzeptiert und integriert in das eigene Leben, je besser kann man umgehen mit dem anderen Geschlecht. Und darum drehen sich natürlich ganz viele meiner Beiträge. Deswegen will ich auch hier nicht zu tief einsteigen. Verbindlichkeit ist etwas, was wir uns wünschen. Und wir suchen Verbindlichkeit. Wir suchen kulturelle Verbindlichkeiten. Wir möchten, wenn wir abends aus dem Haus gehen und noch eine Runde spazieren gehen, möchten wir, dass Menschen sich auf eine Art und Weise verhalten, die wir erwarten. Wir erwarten, dass wir nicht zusammengeschlagen werden. Wir erwarten, dass diese Menschen nicht besoffen uns vor die Tür kotzen. Passiert das? Kommt es vor, dass Menschen so etwas tun? Ja. Und dann sind wir empört, gerechtfertigt sind wir empört, weil diese Verbindlichkeit, die wir uns wünschen, um Ruhe zu haben, in unserem Leben gebrochen wurde. Hier wurde also eine Regel überschritten. Hier ist jemand nicht verlässlich gewesen. Verbindlichkeiten gibt es ja im individuellen Leben auch. Verbindlichkeit bedeutet auch, dass wir in irgendeiner Art und Weise verbunden sind. Verbundenheit existiert, wenn zwei Menschen zusammenkommen und irgendwie feststellen, wir wollen irgendwie perspektivisch auch in der Zukunft noch miteinander zu tun haben. Egal auf welcher Ebene. Ist es Arbeitsplatz? Ist es Beziehung? Ist es Freundschaft? Ist es der Beitritt zu einem Verein? Und dass man sagt, ja, ich bin jetzt jede Woche dienstags beim Training da. Da ist eine Verbundenheit und daraus erwächst häufig, erwächst immer irgendeine Form von Verbindlichkeit. Wenn es diese Verbindlichkeit nicht mehr gibt, wenn sie nicht eingehalten wird, löst sich auch, so glaube ich, die Verbundenheit auf. Verbundenheit ist also etwas, was wir Menschen brauchen als soziale Wesen. Wir suchen es. Und wenn wir es nicht im unmittelbaren Privatumfeld finden, dann hoffentlich irgendwo anders. Im Fußballverein, in der gemeinsamen Begeisterung für eine Religion, in der gemeinsamen Begeisterung für Videospiele, für Musik, für ein Musikgenre, für Festivals, für ein Fortbewegungsmittel, dass wir einem Motorradclub beitreten oder einem Club für VW-Polo-Modding oder was. Was wir dort eigentlich suchen, ganz abgesehen von den Gegenständen, worum es geht, ist die Verbundenheit mit einer Gruppe. Und dass wir uns zugehörig fühlen. Das ist wie ein Stamm. Wenn du in einem Club bist, VW-Polo-Modding e.V., weiß der Henker, dann bist du einem Stamm beigetreten. Und das fühlt sich gut an. Denn hier haben wir wieder Verbindlichkeiten. Alle fahren VW-Polo. Sonst würde es keinen Sinn machen. Da wird wahrscheinlich niemand mit dem Fiat Panda auftauchen. Und wenn wir darüber reden, über unsere Leidenschaft für dieses Gefährt, wird uns niemand komisch angucken. Weil deswegen sind wir ja da zusammengekommen. Das heißt, wir können uns beruhigen. Wir beruhigen uns in der Verbundenheit mit der Gruppe, mit unserem Stamm. Und können uns sicher sein, dass es hier Verbindlichkeiten gibt. Wir können uns auf diese Verbindlichkeiten verlassen. Beziehungen sind natürlich Bindung. Ohne Bindung gibt es keine Beziehung. Wobei es natürlich Beziehungen anscheinend gibt. Aber auch wenn die Bindung schon lange aufgelöst ist, so glauben wir manchmal, Blue Pill, und völlig verträumt, dass diese Beziehung noch existiert. Nur weil die Tante aus Gewohnheit noch mit uns Kontakt hält und ab und zu mal bei uns auftaucht, weil sie eventuell noch keinen adäquaten Ersatz gefunden hat. Dann glauben wir, dass es hier noch Verbundenheit gibt. Und dass ihr Verhalten auf andere Dinge zurückzuführen ist, wie dass sie angeblich seit sechs Monaten wahnsinnig viel Stress hat und dich nicht mehr angucken kann. Dann versuchen wir uns einzureden, ja, ich muss nur lange genug hier brav ausharren. Idealistisch liebend. Und dann wird es schon wieder ein paar Brotkrümel der Verbundenheit geben, sodass ich dann wieder eher glauben kann, dass es diese Beziehung noch gibt. Aber selbst wenn es diese Verbundenheit nicht mehr gibt, Hauptsache, sie hat noch nicht mit mir Schluss gemacht. Wir warten also auch hier wieder auf ein Wort, nämlich Trennung. Und bis wir dieses Wort Trennung nicht gehört haben, glauben wir, dass es diese Trennung nicht geben würde. Aber Worte sind das eine und Verhalten ist das andere. Worte können viel behaupten. Verhalten ist immer exakt das, was es ist. Betrügt so gut wie nie. Pantomime ist vielleicht eine Form von Verhalten. Pantomime kann betrügen. Ein Mann, der in der Fußgängerzone steht und so tut, als würde er Blumen gießen, obwohl es keine Blumen gibt und keine Gießkanne, betrügt womöglich mit dem Verhalten. Er macht es aber so geschickt, dass wir uns darüber amüsieren. Natürlich kann man mit Verhalten gewisse Täuschungsmanöver machen. Aber wenn wir mit einem Menschen zusammen sind, ganz eng, ob als Arbeitskollege oder, 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 dann können wir uns nur durch Worte täuschen lassen. Das Verhalten, wenn wir es deutlich sehen, lügt an sich nie. Und schon gar nicht dauerhaft. Das ist viel zu anstrengend. Der ernstzunehmende Mann als solcher per Definitionem ist verbindlich in Wort und Tat. Denn sonst könnte man ihn nicht ernst nehmen. Was er sagt, das hat Gewicht. Und dazu steht er. Ändert er seine Meinung, das ist natürlich sehr gut möglich. Es wäre ja eine Selbstversklavung, wenn man an Irrglauben von vor zehn Jahren noch festhalten würde, wenn man anderer Überzeugung geworden ist. Aber hier kommt der Faktor Zeit hinzu. Ein Mensch, der jeden Tag seine Meinung ändert, der ist uns nicht mehr verbindlich. Wir können ihn eigentlich nicht fassen. Wir wissen nicht, wer er ist. Und manche Männer verlieren eben diese Verbindlichkeit vollständig, weil sie ihre Meinung dem anpassen, was ihre Frau ihnen sagt. Es gibt so einen lustigen Pseudoartikel im Internet, den ich irgendwann mal gepostet habe, der so hieß, Mann fragt sich, wie lange er noch seiner Frau zustimmen muss, bis er wieder mal mit ihr schlafen kann. Das ist natürlich lustig. Aber was hier drin steckt, ist, dieser Mann ist nicht mehr verbindlich. Er orientiert sich nur noch an dem, was seine Frau gut findet oder schlecht findet und nickt alles stumm ab. Wie ich schon mal gesagt hatte, hier hören wir eigentlich komplett auf zu existieren. Wir haben keinen eigenen Kurs mehr. Wir bewegen uns nicht mehr vorwärts. Nur noch gezogen werden wir von jemand anderem, in dessen Windschatten existieren wir oder in dessen Fahrwasser dümpeln wir hinterher. Aber wir verursachen keine wirkliche Welle in unserem Leben, in dem Leben anderer oder im Universum als solchen. Wir verschwinden. Vielleicht essen wir morgens und scheißen abends, aber wir sind gar nicht wirklich da. Vielleicht haben wir Funktionen für andere Leute, wie wir bringen Arbeitsleistungen und sagen immer schön Ja und Amen, aber wir hören auf zu existieren. Sind wir dann in irgendeiner Art und Weise attraktiv auch für andere Männer, um mit uns befreundet zu sein? Ich glaube nicht. Höchstens vielleicht andere Leidensgenossen. Verbindlichkeit bedeutet, wenn ich sage zum Beispiel in Bezug aufs Coaching, ich rufe dich, ich melde mich dann und dann bei dir, dann wird es auch passieren. Habe ich schon einmal einen Termin verschieben müssen? Ja, bei Krankheit zum Beispiel. Das ist möglich. Aber dann sorge ich nach Kräften dafür, dass die andere Person das schnellstmöglich erfährt und sich danach richten kann. Wir haben Verbindlichkeiten verloren. Durch moderne Elektronik. Ich bin so ein alter Sack. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man sich verabredet hat am Brunnen in der Altstadt um so und so viel Uhr. Es gab kein Handy, um fünf Minuten vorher zu sagen, sorry, dauert noch zehn Minuten länger. Das heißt, man hat sich dort getroffen und wenn irgendjemand permanent unverbindlich war und sich alles offen gehalten hat, dann hat man diesen Menschen nicht mehr getroffen. Heutzutage können wir so etwas sehr, sehr schnell ändern. Und wieder der Faktor Zeit. Die Geschwindigkeit ist dazu gekommen. In einer großen, großen Geschwindigkeit können sich Verbindlichkeiten ändern. Anforderungen ändern sich. Sprache soll sich sehr schnell ändern. Und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Was wir vor zehn Jahren noch sagen durften, dürfen wir heute nicht mehr sagen. Wie wir vor fünf Jahren schreiben durften, ist fraglich, ob das noch akzeptabel ist oder nicht. Einerseits ist Veränderung Teil des Lebens. Und zu glauben, dass sich nie irgendetwas verändert, wäre absurd. Das wäre genauso, wie zu sagen, die Schwerkraft existiert nicht oder die Geschlechterdynamik existiert nicht. Dinge sind, wie sie sind. Veränderung geschieht. Die Entropie der Dinge ist da. Alles, was geboren wurde, muss zwingend sterben. Und auf dem Weg dahin unterliegt es Alterungsprozessen, Krankheit und Tod. Das können wir auf Menschen, auf Lebewesen anwenden, aber auch auf alle Dinge. Wenn du ein Haus baust, dann wirst du permanent damit beschäftigt, die Krankheiten des Hauses zu bekämpfen. Sonst modert dir die Bude rund um den Schornstein weg. Alles altert und alles hat auch irgendwann mal ein Ende. Also Veränderung, Veränderung geschieht. Jedoch glaube ich, dass viele, viele Dinge, und jetzt will ich auf die Gesellschaft zu sprechen kommen, in einer Geschwindigkeit geschehen, wo wir nicht mehr mitkommen. Wir werden nicht mehr mitgenommen. Es wird von uns verlangt, dass wir uns sehr schnell ändern. Ist das stellenweise nötig? Ich finde, ja. Stellenweise mag das nötig sein. Aber in anderen Bereichen finde ich es nicht. andere Bereiche sind die Bereiche dessen, wie ich mich ausdrucken möchte. Da möchte ich mich nicht beschleunigen lassen. Ist es möglich, dass ich in zehn Jahren anders denke? Ist möglich. Aber Kultur hat sich früher langsamer entwickelt. Durch das Internet, das wir alle nutzen, als Werkzeug, sind wir aber auch gefordert, auf alles rasend schnell zu reagieren, was sich gesellschaftlich nun ändert. Es gibt kein Dorf mehr, das unbeeindruckt ist davon. Und die Verbindlichkeiten verschwinden. Wenn Verbindlichkeiten aber verschwinden, so meine These ja am Anfang, dann wird es mit Verbundenheit schwierig. Und dann sehen wir, dass Familien zum Beispiel auseinandergehen, dass Gesellschaften gespalten werden, dass Dinge, auf die wir uns hofften, verlassen zu können, sich auflösen. Ich frage mich manchmal, ich selbst bin kein Trennungskind, aber ich frage mich manchmal, wie das für ein Kind sein muss, wenn diese Verbindlichkeit, dass Mama und Papa da sind, in guten und wie in schlechten Zeiten, sich plötzlich auflöst, wenn die Kinder eines Tages das Gespräch zu hören bekommen, tut mir leid, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb. Und jetzt wohnt Papa woanders, oder oder. diese Verbindlichkeit muss für ein Kind sehr verstörend sein, wenn es diese Verbindlichkeit verliert. Kann es ersetzt werden durch neue Verbindlichkeiten, die Widersicherheit bieten? Ja. Nämlich alle zwei Wochen siehst du dann diesen oder jenen. Das ist so eine häufige Form von, um neue Sicherheit zu bieten. Griffe im Leben, an die wir uns festhalten können. Früher war es die Aufgabe der Kirchen Verbindlichkeit herzustellen. Es gab verbindliche Regeln. Was wird zum Beispiel gegessen freitags? Es gab noch Speiseregeln. Sind diese Speiseregeln wirklich wichtig? Ich glaube nicht. Aber sie haben Ordnung und Struktur gegeben in ein ansonsten relativ bedrohliches Leben. Denn Leben ist immer bedrohlich. Wir altern und wir sterben. Menschen, die wir lieben, altern und sterben. oder verlassen uns. Und das ist heute auch häufiger geworden. Wenn wir in eine Beziehung gehen, dann ist das ein Lebensabschnittsgefährte. Mal schauen, wie lange das gut geht. Mal schauen, bis auf weiteres. Aber wirklich verbindlich zu sagen, ich bin bei dir, bis dass der Tod uns scheidet. Das wird heute in Form eines leeren Zeremoniells noch von sich gegeben. Aber ich glaube nicht, dass wirklich viele Menschen das dann auch wirklich noch vorhaben. als starke Absicht, wenn sie diesen Satz sagen. Wenn mein Verhalten verbindlich ist, dann können andere Leute sich auf mich verlassen. Und das ist das, was mir wichtig ist in meinem Leben. Ich möchte mir selbst treu sein. Und das bedeutet, dass es auch Widerstände geben kann. Es gibt Leute, die bauen mir Widerstände auf. Sie versuchen, mich zu manipulieren. In Kommentaren fordern sie mich auf, anders zu sein. Weil die Erwartung, die sie von mir hatten, enttäuscht wurde durch etwas, was ich sagte. Das wird selbstverständlich nicht geschehen. Jeder hat die Möglichkeit, mich zu abonnieren und mir auch zu entfolgen. Aber ich bin keine Hure, die ihr gekauft habt. Niemand kann mich besitzen. Was ich anbiete, ist kostenlos. Es gibt keine Werbung. Das habe ich gar nicht vor, weil dadurch bewahre ich mir die reine Freude daran, sagen tun und lassen zu können, was ich will. Bekomme ich Abonnenten? Gut. Freut mich natürlich, weil es auf Zustimmung hinweist. Verliere ich aber Abonnenten? Auch nicht schlecht. Dann haben Leute sich dazu entschieden, eine gewisse Zeit lang mich auf meinem Fluss zu begleiten und dann abzusteigen. Das ist Selbstbestimmung. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber niemand kann mich manipulieren. Viele haben es versucht. Würde aber nicht hinhauen, weil ich mir selbst treu bin. mir selbst treu sein ist aber auch eine interessante Überlegung. Denn was bedeutet das? Bedeutet das, ich darf mich nicht verändern? Zum Beispiel könntet ihr euch verändern in eurem Freundeskreis, indem ihr meinen Content zum Beispiel hört und euch Gedanken macht über das Leben, Liebe, Beziehung, eure eigenen Vorstellungen, wie ihr euch verhalten wollt und was akzeptabtes Verhalten von anderen Leuten euch gegenüber ist, Frau wie Mann. Dann werdet ihr euch sicherlich irgendwo verändern. Und wie ich von einigen von euch weiß, in Kommentaren und Zuschriften erwischt ihr euch dann auch mal dabei, dass ihr dieses oder andere Wort von mir auch mal gegenüber Freunden fallen lasst. Und dann ist es möglich, dass sie sagen so, hey, was ist mit dir los, du hast dich verändert. Und das kann positiv gesehen werden, aber manche versuchen euch auf einem Level zu halten, auf diesem Level, wo sie noch mit euch umgehen können, wo sie euch kennengelernt haben. Und dann sagen sie so etwas wie, das passt doch gar nicht zu dir, du hast dich so verändert, das gefällt uns nicht. Diese Menschen verlieren etwas, nämlich den, den sie hatten, weil der, den sie hatten, den gibt es nicht mehr. Ihr habt euch verändert. Und jetzt können sie akzeptieren, das Neue, was ihr seid oder nicht. Auch dort, ungerührt, ihr geht oder ihr bleibt, das entscheidet ihr und so bleibt ihr euch selbst treu, indem ihr Veränderungen überprüft. Und dann könnt ihr euch verändern, wenn ihr es überprüft habt, wenn der neue Gedanke, wenn die neue Art und Weise zu reden euch gefällt, dann tut es halt gefälligst. Wenn ihr euch verändert, verändert ihr euch. Aber ich biete auch euch dort an. Mein Zauberwort, die Langsamkeit, geht es langsam an. Ihr müsst nicht die Axt an euer Leben ansetzen und alles kaputt hauen. Ihr könnt neben diesem einen Baum, könnt ihr noch andere Bäume wachsen lassen und schauen, wer wirklich Festigkeit und Stabilität in eurem Leben bietet. und das können andere Menschen sein, die ein Verhalten an den Tag legen, das verbindlich ist. Ihr könnt euch auf diese Leute verlassen, auch wenn es mal hässlich wird, wenn es widrig wird, wenn es kompliziert wird, wenn es unangenehm wird, dann sind sie die, die sie sind und ihr könnt euch auf dieses Verhalten verlassen. Die Gesellschaft verliert Verbindlichkeiten in einem gigantischen Ausmaß. Eine Krise nach der anderen folgt. Ich habe das Gefühl, dass wir seit fast zehn Jahren eigentlich von einer Krise in die nächste schlittern. Viele sind zu Recht überfordert, wie kann man diese Probleme lösen. Und da wir Menschen sind und keine Götter, sind viele dieser Lösungsversuche nicht perfekt. So ist das nun mal. Ich würde mir auch wünschen, dass diese Dinge viel langsamer passieren und weniger häufig, dass man sich langsam anpassen kann. Aber viele Veränderungen bieten uns diese Gunst nicht, sich Zeit zu lassen. Sie kommen und treten die Tür ein in unserem Leben und wir müssen darauf reagieren. Dann brauchen wir neue Verbindlichkeiten, neue Regeln des Zusammenlebens. Die gute alte Zeit in Anführungsstrichen, war sie wirklich so gut? In vielen Dingen glaube ich, ja, sie war es. Die gute alte Zeit, die ich erlebt habe in den 80ern, die war ganz schön gut. Die 90er waren auch noch ganz schön gut. Es gab viel Stabilität, es gab viel Verlässlichkeit und Verbindlichkeiten. Heute aber ist das weggewischt und deswegen sind so Figuren wie ich im Internet und erzählen darüber und werden gehört. Und wir bieten vielleicht Verbindlichkeiten. Das weiß was ich, man sieht meine Beiträge, man sieht das Design der Thumbnails und womöglich fühlt man sich zu Hause und man erwartet irgendetwas, wenn man draufdrückt und dann den Beitrag startet. Und manche machen ja da ein Ritual draus. Es gibt einen Bruder, der immer sagt, immer neuer Beitrag, Whisky, Zigarre. Und dann genießt er den Beitrag wirklich. Ich weiß nicht, ob man meine Beiträge genießen kann. Ich genieße sie nicht. Ich höre sie mir nicht an. Aber so ist das. Und so schaffen wir wieder eine Kultur Sicherheit zu bieten. Bietet den Leuten Sicherheit um euch herum. Das wäre meine Empfehlung. Die Sicherheit eures guten Verhaltens. Aber ein gutes Verhalten ist nicht automatisch ein Verhalten, was diesen Menschen gefällt, sondern ein gutes Verhalten ist, was Verlässlichkeit auch ausstrahlt und Sicherheit bietet. Wenn ein Freund Scheiße baut, dann ermahnt ihn. Freund zu sein bedeutet nicht alles abzunecken, was sie für den Dreck in ihrem Leben fabrizieren. Ein guter Freund kommt und coacht zur Not auch seinen Freund und hält ihn ab davon, mit Wort, mit einem strengen Wort vielleicht auch mal, um nicht abzugleiten, weil wir an diesen Menschen interessiert sind, wir sind verbunden. Da kommt der Begriff dann Brüder hinzu, der natürlich vollkommen kitschig ist. Ich nenne euch häufig Brüder oder auch Schwestern. Das hat natürlich so gut wie keine Bedeutung, aber auf eine gewisse Art und Weise fühlen wir uns auch durch solche Worte vielleicht zu Hause angenommen und gehört. Sicherheit zu bieten ist es A und O und wir können Sicherheit nicht bieten als Männer, wenn wir nicht verbindlich sind, wenn man sich nicht auf uns verlassen kann. Und dann schnellt unser Wert in die Höhe. Du kannst aussehen wie du willst als Mann. Es ist egal. Fang aber damit an, mit dem, was nicht verhandelbar ist, ernst zu nehmen zu sein, Sicherheit zu bieten, verbindlich zu sein und deutlich auch Grenzen zu haben. Und diese Grenzen auch höflich, freundlich, ungerührt zu kommunizieren und zu sagen, wie es ist. Und dann achten euch Leute, sie schauen wenn es mal hart auf hart geht, wenn die Versuchungen groß sind, wenn ihr dann trotzdem den Kurs haltet, den ihr in eurem Leben einschlagen wolltet, dann seid ihr verbindlich und ihr seid ein Anker für andere. Man könnte andere Begriffe noch benutzen, ihr seid ein Licht für andere, eine Orientierungsleuchte seid ihr für andere, für eure Freunde, für eure Familie, für eure Kinder. Und das ist glaube ich der Kitt oder der Klebstoff, der unsere Verbindungen zusammenhält. Denn wie gesagt, wenn diese Verbindlichkeiten verschwinden, dann löst sich die Verbundenheit auf. Wenn eure Frau plötzlich sagt, es gibt einen anderen in meinem Leben, ich möchte über unsere Beziehungskonstellation reden und es wäre mir ganz recht, dass du da mitmachst, dann kann es schwierig werden, wenn ihr durch viel zu viele Variable. Viele sagen, dass eine monogame Beziehung heute nicht mehr möglich ist. Und ja, es ist schwer, aber monogame Beziehungen haben lange, lange Jahrtausende überleben gesichert und Fortbestand der Nachkommen der Kinder. Heute übernehmen viele gesellschaftliche Schutzmechanismen und Hilfsangebote soziale Hilfsdienstleister und so weiter, Kindergeld und so weiter und so fort schützen uns ins Nichts zu fallen, wenn sich unsere Eltern nicht mehr mögen. Und das ist gut so. Aber wie viel besser wäre es, wenn Kinder Eltern hätten, die zueinander stehen, komme was wolle, zueinander stehen und sich nicht von unreflektierten Impulsen zum Handy und zu einer Dating App leiten lassen. Ist das ein frommer Wunsch? Ja, es ist ein frommer Wunsch. Im schönsten Sinne des Wortes. Ich wünsche mir, dass es euch gelingt, als Männer Frauen zu finden für euer Leben, die diese Sichtweise teilen. Ich weiß, dass es sie da draußen gibt, ich selbst habe sie kennengelernt. Und bedeutet das, dass sie nicht mehr übergaben sind? Nein. Das bedeutet auch nicht, dass ihr als Männer nicht mehr polygam seid und nicht erregbar seid, wenn irgendeine heiße Frau an euch vorbeiläuft. Das bedeutet es noch lange nicht, aber es bedeutet nicht, dass ihr diesem Impuls sofort nacheilen müsst. Ihr seid verbindlich, ihr könnt Sicherheit bieten, aber ihr fordert auch Verbindlichkeiten ein. Ihr erwartet konkretes Verhalten, dass euch Sicherheit kommuniziert. Wenn die Frau, die mit euch zusammen ist, angeblich euch kein Verhalten zeigt, was sich euch sicher fühlen lässt, sondern chaotisch ist, unbestimmt, ständig im Wandel, dann seid ihr womöglich nur eine Landeplattform und sie ist der Helikopter und sie fliegt ständig mal hierhin und mal dorthin, aber sie nimmt euch nie mit. Sie erwartet, dass ihr immer da seid, aber sie fliegt weg und ihr müsst akzeptieren, welche Route auch immer sie da gerade einschlägt. ich ich denke aber wir sollten zusammen verreisen und zusammen wieder nach Hause kommen und dieses nach Hause ist der Bereich unserer Verbindlichkeiten, der Regeln, auf die wir uns geeinigt haben. Also, wir wollen Menschen, die Ausdauer und Standhaftigkeit besitzen, in ihrem Verhalten. Eine Ausdauer, das wisst ihr, ist anstrengend, wenn ihr mal so einen 1000 Meter Lauf macht, wenn ihr anfangt, euch zu bewegen, wenn ihr trainieren wollt, wenn ihr aber auch ein Verhalten ändern wollt, ein schlechtes Verhalten ablegen und ein neues heilsames Verhalten euch aneignen wollt, dann braucht ihr dafür Ausdauer, bis dieses Verhalten, was zum Anfang schwierig scheint, zu einer Gewohnheit wurde. Und eine Gewohnheit ist sehr einfach einzuhalten, weil ihr euch dran gewöhnt habt. Es ist ein Automatismus. Ich zitiere hier von der Seite, von der Seite der AOK. In einer Studie fanden Wissenschaftler heraus, dass es im Durchschnitt 66 Tage dauert, bis eine neue Gewohnheit entsteht. Und weiter heißt es, in einer anderen Studie mussten Neulinge im Fitnesscenter sechs Wochen, 42 Tage lang, viermal wöchentlich trainieren, bevor die regelmäßige Sporteinheit zur Gewohnheit wurde. Und das kann man aber viele andere Dinge im Leben anwenden. Denkt an meinen Beitrag zur Frustration. Wenn ihr frustriert seid, dann hört hin. Dann ist es vielleicht Zeit, hier eine Gewohnheit zu ändern oder eine neue Gewohnheit, euch anzueignen. Und so zeigen wir auch Verlässlichkeit in unserem Leben. Ihr seid Leute, die nicht verharren. Die schauen, wo aufgeräumt werden muss. Und dann tut ihr es. Und so verfeinert ihr euch, entwickelt euch weiter, schärft euch. Wenn ihr vorher nur ein Buttermesser wart, das kaum dazu in der Lage ist, ein feuchtes Brötchen durchzuschneiden, dann werdet ihr mit der Zeit, mit Ausdauer, mit Integrität, mit Verlässlichkeit, mit verbindlicher Anstrengung und mit Sicherheit, die ihr anderen Leuten bietet, dadurch, dass euer Verhalten eben das ist, wie ihr seid, indem ihr euch treu seid, auf Kurs bleibt, voller Kraft, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es anstrengend ist, dann wird aus diesem stumpfen Buttermesser mit der Zeit ein 20-fach gefaltetes Samurai Schwert. Dann wird euer Geist klar und scharf und kann Verwirrung durchschneiden. Kommt Bullshit des Weges, werdet ihr den Bullshit erkennen. Und ihr werdet mit dem klaren Geist, den ihr geschult habt, diesen abschneiden und feststellen, dass das nicht in euer Leben gehört. Und so lasst ihr euch nicht mehr hinter anderen Leuten herziehen, die mit ihrem Boot Gas geben und euch hintendran gebunden haben. Und ihr hilflos und orientierungslos lasst ihr euch leiten. Das machen Kinder. Kinder hängen sich an Eltern und Eltern leiten sie durch die Wellen des Lebens ganz am Anfang. Aber Erwachsene sollten so etwas nicht tun. Erwachsene sollten selbstbestimmt mit Selbstachtung erkennen, was gut und richtig ist. Erkennen, was gut und richtig ist. Nicht einfach blind glauben, sondern überprüfen. Anwenden im eigenen Leben. Und wenn es dann gut ist, das Gute tun. Und wenn es nicht gut ist, es eben lassen. Wir sind also dann ein Versprechen an die Welt. Manchmal habe ich es genannt. Wir sind ein Angebot für die Welt oder sei ein Angebot in die Welt. Stell dich in die Welt als das Angebot, das du bist. Der Mensch, der du geworden bist, der noch immer im Werden begriffen ist. Denn wir sind nie fertig. Wir werden immer, bis wir nicht mehr sind. Aber bis dahin sind wir Geschöpfe, die ständig im Werden sind. Und darauf können wir stolz sein, wenn wir das akzeptieren, wenn wir uns dieser Veränderung nicht entgegenstellen, sondern die Veränderung navigieren, die Veränderung bei den Hörnern packen und auch Kontrolle ausüben in unserem Leben und die Veränderung selbst ausführen und uns nicht ziehen lassen. Dann sind wir ein Versprechen an unsere Mitmenschen. Ob es in der Gemeinde ist, im Verein, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder in der Familie oder in der Beziehung zu einer guten Frau, die euch mit ihrem guten Verhalten, mit ihren Verbindlichkeiten, mit ihrem integren, glaubwürdigen Verhalten, für so eine Frau seid ihr auch ein Versprechen, dass das, was ihr von ihr bekommt, zurückzahlt mit eurer Maskulinität. Diese Männlichkeit gibt es nicht wie Hülle und Fülle. Das ist nur eure und die könnt ihr nur ganz bestimmten Menschen von Qualität bieten. Ich habe heute auf YouTube etwas geteilt. Das ist schon ein sehr altes Spruch von mir, den ich vor Jahren oder vor längerer Zeit auf YouTube geteilt habe und es jetzt auch noch mal getan habe. Meine Definition von Maskulinität ist wie folgt. Sie fängt unangenehm an. Womöglich für manche. Aber stay with me. Ich zitiere mich selbst. Maskulinität ist gefährlich und kompetent. Bedrohlich und nur genau dadurch auch fähig zu schützen. Ich kommentiere mich jetzt mal kurz selbst. Wir erwarten von Männern also, dass sie schützen, dass sie Schutzfunktion ausüben, dass sie mit ihrer Körperlichkeit und mit ihrem Testosteron sich in die Gewehre der Invasoren stürzen und diese aufhalten. Dass sie unser Grund und Boden schützen, die Frau schützen, wenn man abends vom Restaurant nach Hause geht und zwielichtige Gesellen des Weges kommen. Dafür muss aber der Mann auch gefährlich sein und kompetent als Mann mit einer angeborenen potenziellen Gefährlichkeit, die aber nicht permanent da ist, sondern dann zum Vorschein kommt, wie die Feuerwehr, wenn es brennt, dann wird er gefährlich und bedrohlich, um das zu schützen, was gut ist. Und nur dadurch ist er auch schutzfähig. Ein Mann, der diese Maskulinität leugnet, nicht entwickeln will, ungefährlich sein möchte, inkompetent für etwas Besonderes oder Lobenswertes hält, sich vielleicht über sich selbst lustig macht, den Frauen ständig erklärt, warum sie nicht auf ihn stehen sollten, weil er so eine Flasche ist. Ha ha ha. Der Clown, der Narr, der törichte Typ, ach ihr wisst doch, ich kann das nicht, der sich also demütigt vor anderen, um gemocht zu werden. Der Mann verleugnet seine Männlichkeit und ich finde das nicht gesund. Ich glaube, dass so etwas krank macht und sein. Wir sind Männer, dann sollten wir Männer sein und so strahlen wir aus Sicherheit aus. Man kann von uns bestimmte Dinge erwarten, andere Dinge aber nicht. Weiter in meiner Definition von Maskulinität. Die Kunst ist es dabei, aber kein gestörtes, brutales Arschloch zu sein, sondern das Versprechen und hier steckt das Wort Versprechen wieder drin, worin ja auch Verbindlichkeit zur Geltung kommt, sondern das Versprechen überzeugend einzulösen, der ungerührte und starke Fels zu sein, an dem sich jedwede Brandung des Alltags bricht und auch jeder ihrer albernen Shit-Tests. Das ist meine Definition von Männlichkeit, von Maskulinität. Wir sind also ein Versprechen. Wir versprechen der Welt, dass wir das sind. Ob die Welt das gerade mal mag oder nicht mag, das ist irrelevant. Wir versprechen, dass wir das sind. Wir sind ernst zunehmende Männer, verpflichtet der Rationalität, zu erkennen, was ist und was nicht ist, uns nicht zu täuschen, uns nicht täuschen zu lassen, nicht der Selbsttäuschung zu verfallen und uns auch eines Besseren belehren zu lassen, wenn Fakten daherkommen, die uns überzeugen, aber dann auch nur dann. Und sollte es bedeuten, dass wir zu einer bestimmten Gruppe nicht mehr gehören können, weil sich unsere Ansicht geändert hat, dann ist das eben so. Wir sind keine Parteisoldaten von der Krabbentonne, in der wir jahrelang drin saßen und uns wieder zurückziehen lassen auf ihrem Niveau. Wir sind Krabben, die rauskrabbeln aus der Tonne. Wir sind Individuen. Man kann sich auf uns verlassen, man kann uns aber nicht manipulieren. Das ist nicht möglich. Und das ist unser Versprechen an die Welt. Ihr wisst, dass ich mir gerne Gedanken mache über unsere Herkunft. Damit meine ich nicht, aus welchem Kaff wir kommen, sondern Herkunft als Menschen, als Homo Sapiens und was wir davor waren und was davor nützlich war und nicht nützlich und dass das nicht nützliche aussortiert wurde mit der Zeit. Und das, was wir heute sind, ist aber leider nicht immer das, was nützlich ist für diese schnelle Zeit. Wir sind noch immer derselbe Körper, dasselbe Gehirn wie vor zig tausend Jahren. Da hat sich relativ wenig verändert. Vielleicht sind wir größer geworden, weil wir proteinreichere Nahrung zu uns nehmen und generell nicht an Mangelernährung leiden müssen, hier in dem fetten und wohlhabenden Land, in dem wir leben. Aber ansonsten ist alles noch ganz beim Alten. Und damals haben wir in kleineren Gruppen gelebt. Großstädte, Städte, generell größere Gemeinden gab es nicht so häufig und waren eher ein Phänomen. Heute ist es die Normalität. die Normalität ist es in großen Städten zu leben. Was heute eine Kleinstadt ist, war vor 3000 Jahren eine Metropole. Und wer heute in einer Kleinstadt lebt, der kennt aber wahrscheinlich doch einige Leute, denen er immer mal wieder über den Weg läuft. Vielleicht hat er nie mit ihnen gesprochen, aber man kennt sie. Man sieht sie an der Ampel auf dem Weg zum Bäcker. Schon seit Jahren. Es sind immer dieselben. Wir merken, der wohnt auch hier. Muss hier wohnen, denn wir sehen sie auch häufig. Und wir können das Verhalten von ihnen beurteilen, weil wir einzelne isolierte Momentaufnahmen hatten, wie sie eben so sind. Regen sie sich über Falschparker auf oder lassen sie es. Zum Beispiel. Dann wissen wir, das ist der, der sich über Falschparker immer so sehr aufregt. Aber wir beobachten ihr Verhalten und das ist essentiell. Wir müssen Verhalten beobachten, um Menschen kennenzulernen. Heute beobachten wir Verhalten aber nicht, weil wir es nicht müssen. Wir nehmen das Handy in die Hand und lernen Leute auf Apps kennen oder wir schreiben mit anonymen anderen Personen auf Foren und beschimpfen uns gegenseitig, weil sie die eine Schallplatte dieser Band mehr mögen als die andere, die wir besser finden. Wir befinden uns in kleinen Echokammern des Internets, in denen wir uns eigentlich die ganze Zeit nur noch anbrüllen. Dabei kann man mit Verhalten so viel sagen. Man kann mit Verhalten so viel ausdrücken. Um bei diesem Beispiel der Kleinstadt zu bleiben, könnte ich sehen, dass dieser Mensch sich auf eine Art und Weise verhält, die mir nicht koscher ist, um dieses angenehm. Ich glaube, er könnte mich in ein anstrengendes Gespräch verwickeln. Wir kennen diese Leute, die womöglich in einer psychotischen Krise in der Innenstadt stehen und laut herumschreien oder Selbstgespräche führen oder übergriffig auf Menschen zugehen, sich einfach bizarr verhalten. Wir suchen nicht deren Nähe. Wir gehen ihnen eher aus dem Weg. Und das hat natürlich auch gute Gründe, weil sie eben nicht diese Verbindlichkeit uns bieten, sich so zu verhalten, wie man sich eben zu verhalten hat. Herr Gott nochmal, sie sind dubios, wir halten uns von ihnen fern. Und so können wir uns orientieren, haben wir uns orientiert, in einer Zeit, in der es keine Informationstechnologie gab, vielleicht Rauchzeichen, vielleicht Trommelgeräusche, aber keine fortgeschrittene Informationstechnologie, um komplexe Nachrichten von diesem Haus zu dem Haus auch nur hunderte Meter weit weg zu schicken. Und das sind nur Worte, es sind nur Pixel auf deinem Handy, die Nachricht deines besten Freundes oder deiner toxischen Ex. Was viel schöner wäre, wäre, deren Verhalten sehen zu können und dann beurteilen zu können, wollen wir näher ran oder weiter weg, weil darum geht es bei uns Menschen. Wollen wir näher an diesen Menschen ran oder wollen wir weiter von diesem Menschen weg. Darum geht es bei uns Menschen häufig. Nähe aufbauen oder Distanz aufbauen. Distanz bewahren oder Distanz abbauen. Es ist wie ein Atmen, wie Moleküle, die sich mal verbinden und wieder trennen. So sind wir Menschen. Und diejenigen, die Sicherheit in ihrem Verhalten uns bieten, in diesem Kleinstadt Szenario, was ich jetzt gestrickt habe, bei denen fühlen wir uns gut aufgehoben. Treffen wir die mal beim Bäcker, sprechen wir sie vielleicht sogar an und wünschen ihnen einen guten Tag. Und so haben wir wieder schöne Verbundenheit. Eine Gesellschaft muss klare Grenzen haben und diese Grenzen streng und deutlich nach außen vertreten und definieren. Damit wir alle mit an Bord bleiben. Diejenigen, die durch gutes Verhalten, Verbindlichkeit und durch das Versprechen, sich an die gemeinsamen Regeln zu halten, auch zum Ausdruck bringen, dass sie dazugehören. Weil Dazugehörigkeit geschieht nicht durch einfache geografische Anwesenheit an einem gegebenen Ort. Wenn ihr in eurem Kegelclub sitzt und irgendein Fremder setzt sich an euren Tisch und benimmt sich bizarr, dann ist er noch lange nicht Mitglied eures Kegelclubs, auch wenn ihr ihn da sitzen lasst. Er wird erst dann Mitglied, wenn er sich entsprechend verhält. Und das ist normal und das ist richtig so. Wir können also vom Kleinen bis ins Große gehen. Das Kleine ist eure individuelle Liebesbeziehung. Passt dieser Mensch zu mir? Verhält sich dieser Mensch mir gegenüber vernünftig? Verspricht dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, mir scheißegal, verspricht diese Person glaubwürdig mir sich so und so zu verhalten und anderes verhalten bleiben zu lassen? Ist das zumindest glaubwürdig? Oder nicht? Und wenn dem nicht so ist und wenn insbesondere dann dieses Vertrauen missbraucht wurde, dann muss es halt dazu kommen, dass dieser Mensch unser Leben verlässt. Ja? Und wir als Gesellschaft ganz ebenso. Wir haben auch Grenzen und unser Zusammenleben kann sich verändern. Es kann neue Regeln geben, aber zunächst brauchen wir Langsamkeit, um wirklich zu schauen, was war gut und richtig und was kann sich ändern. Und sich da absurd beschleunigen zu lassen, strapaziert die Geduld vieler. Und das kann eine Gesellschaft spalten und auseinanderbrechen lassen, wie eine Familie. Das sind tatsächlich schwierige Zeiten. Und in schwierigen Zeiten ist es schwierig, das Richtige zu tun. Und häufig tun wir das Falsche. Da müssen wir auch gutmütig mit uns selbst sein. Dass in Krisenzeiten wir auch mal Fehler machen. Und dann müssen wir auch anderen zugestehen, Fehler zu machen. Wenn wir eine Aufgabe haben, dann wissen wir ganz genau in unserem Beruf oder wo auch immer, wir machen Fehler, wir sind nachlässig, wir sind faul. Wir tun mal so als ob und starren dabei die ganze Zeit nur leer auf den Bildschirm, ohne wirklich etwas zu tun. Das kommt vor. Wir sind Menschen und wir können uns auch mal verzeihen, dass wir nicht permanent brennen, wie ein Atomreaktor auf höchster Leistungsstufe. Aber wir müssen immer wieder zurückkommen zu dem Versprechen, was wir gegeben haben, an die Menschen, die uns wichtig sind, dass wir ihnen verbindlich zum Ausdruck bringen, ihnen gegenüber, wer wir sind und wer wir nicht sind. Das war mal wieder locker aus der Hüfte geredet. Jetzt im Anschluss kommen noch zwei Beiträge von Abonnenten des Kanals, Freunden des Kanals, die mir zwei Männer, diesmal ist leider wieder keine Frau dabei. Ich möchte euch ermutigen, in Zukunft, wenn ich mal so etwas schreibe, als Community-Beitrag, ich überlege mir einen Beitrag zu Thema XY zu machen, macht euch Gedanken, nehmt etwas auf, meine Maßgabe ist in der Regel so, bleibt bei vier Minuten, damit möglichst bleibt bei vier Minuten und versucht in dieser Zeit zu sagen, was euch zu diesem Thema einfällt und dann freue ich mich, diese Beiträge im Anschluss zu bringen. Manchmal werden sie zeitlich einfach gerafft. Ich versuche eure Stimme dabei so gut und kräftig und schön klingen zu lassen, wie es mir möglich ist mit der Software, die ich das Community Beiträge häufig nicht so häufig angeklickt werden wie Rohbeiträge. Es ist die Natur auch des Internets, dass es auf provokante Sachen sehr, sehr schnell anspringt und ich versuche meine Titel der Beiträge klar und deutlich zu halten und ein Beitrag, der jetzt heißt Verbindlichkeit, so wie dieser, der zieht nicht viele, viele Klicks an, aber es ist mir wichtig, es bereitet mir große Freude, es schafft ja auch einen neuen Begriff, diesen Begriff können wir jetzt nutzen, diesen Begriff kannst du jetzt nutzen, ich bin verbindlich, aber ist diese Frau verbindlich mir gegenüber, verspricht sie mir etwas oder nicht und tut sie das glaubwürdig oder nicht und wenn sie mich ständig enttäuscht, wenn sie immer zu spät kommt, wenn sie sich nicht an Absprachen hält und so weiter und so fort, dann haben wir es womöglich mit einem Menschen zu tun, dessen Verbundenheit mit uns ihr einfach scheißegal ist und wenn ihr die Verbundenheit mit uns scheißegal ist und sie das nicht wertschätzt, das gute Angebot und Versprechen von Sicherheit, was wir stellen können, dann hat sie es nicht verdient und dann muss diese Beziehung beendet werden. Es ist eigentlich ganz einfach. So ihr Lieben, ich war Coach Micha und jetzt gleich kommen diese beiden anderen Herren und ich danke euch für eure Ausdauer, mir zugehört zu haben und ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Abend und eine gute Woche. Glaubt an euch, glaubt an den Prozess, kümmert euch um gute Luft, gutes Wasser und gutes Essen, alles andere ist optional und ein Bonus. Lieber Mischer, liebe Community, mein Name ist Bolko und ich melde mich auf die Fragestellung, was Verbindlichkeit für mich bedeutet. In aller erster Linie bedeutet Verbindlichkeit für mich, dass ich bewusst und überlegt und auch in Klarheit Entscheidungen mir selber erarbeite, diese dann treffe und dementsprechend Wort halte beziehungsweise für die Konsequenzen meiner Entscheidung meines Handelns einstehen. Das bedeutet aber auch, dass ich mir das Recht aufrechterhalte, dass ich Entscheidungen und Handlungen und auch Situationen immer wieder neu mir anschauen darf und immer wieder bewusst auch diese Entscheidung hinterfragen darf und gegebenenfalls auch zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben zu einer anderen Entscheidung finden darf. Aber dann habe ich auch die Handlungsweise beziehungsweise die Situation, in der ich mich zuvor befunden habe, auf konstruktive, sinnvolle Art und Weise zu verändern, zu beenden oder neu zu gestalten, neu zu arretieren. Diese Verbindlichkeit ist also eine Zusage erstmal an mich selbst, eine Verpflichtung mir selbst gegenüber, meinem eigenen Wertesystem, meinem eigenen moralischen Kompass. Und für mich von ganz großer Wichtigkeit auch in der Perspektive auf mich selbst als Mann, der ich sein möchte, ist es so, dass ich halt versuche, mich darin zu üben, bewusst und klar und in der Stärke Entscheidungen zu treffen und dann auch die Konsequenzen mit Erhabenheit und auch mit Stärke und auch mit Dankbarkeit zu tragen. Auch wenn die Konsequenzen vielleicht ab und an herausfordernd oder schwierig sein dürfen, aber auch dann einfach in meinem Handeln, in meinem Sein weiterhin in der Klarheit und in der Stärke und im Bewusstsein zu sein. Es hängt somit ein Stück weit auch damit zusammen, mir selbst ein Versprechen gegeben zu haben und mein Möglichstes zu tun, dieses Versprechen einzuhalten oder halt insbesondere dann auch im Außen anderen Menschen, anderen Projekten gegenüber, was auch immer oder wem auch immer man Verbindlichkeit zugesichert hat. Es ist halt doch meines Erachtens im Endeffekt ein Versprechen, was wir uns selbst geben, auch an Disziplin, an Leistungsbereitschaft gewillt, unabhängig jetzt davon, ob ich mir selber verspreche, verbindlich für mich bestmöglich Sorge zu tragen über Meditation, über Sport, über Verhaltensweisen, die ich mir abtrainieren möchte oder ob ich jemand anderem meine Verbindlichkeit zusage, dass ich mich um jemanden kümmere. Das fällt für mich alles in dieses Themenbereich und es ist auch so, dass wir dazu neigen, auch gerade noch in jüngeren Jahren, dass wir sehr motiviert in irgendeine Sache hinein starten, vielleicht die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Tage durchziehen und machen und dann auf einmal am 6. 7. Tag halt doch nicht die 100% bringen können, die wir uns vorgenommen haben und dann daran verzweifeln und vielleicht das Ganze irgendwie fallen lassen. So ein klassisches Beispiel dafür sind Diäten oder halt der Start ins Fitnessstudio zu gehen am Jahresbeginn. Das ist dann genau der Punkt, wo für mich Verbindlichkeit zum Tragen kommt. Wenn ich meinem eigenen Anspruch irgendwann nicht gerecht werden kann, dann verzweifle ich nicht daran und werfe die Flinte ins Korn, sondern ich bin liebevoll und gnädig zu mir selber oder gestehe mir ein auch nur ein Mensch zu sein und werde aber am nächsten Tag wieder oder dann meinetwegen im nächsten Augenblick wieder in die Verbindlichkeit zurückfinden und wieder mein Bestes versuchen zu geben. Ohne Zwang, ohne Trangsalierung meiner selbst, sondern in Liebe und Fürsorge für mich und für das Außen. Um das an meinem eigenen Leben an einem Beispiel zu benennen ich pflege und betreue meinen Vater nun seit acht Jahren zu Hause in der häuslichen Pflege und das ist eine Zusage eine Verbindlichkeit die ich vor acht Jahren ganz bewusst gewählt habe das war für mich die einfachste und klarste Entscheidung meines Lebens weil mein Vater für mich von riesiger wundervoller Bedeutung ist und mir ein wunderschönes Leben ermöglicht hat gerade in jungen Jahren und mich auch groß gezogen hat und ich habe diese Entscheidung diese Verbindlichkeit bewusst gewählt und trage sie seit hierher wie man sich vorstellen kann sind das sehr herausfordernde Jahre gewesen wir haben aber inzwischen Gott sei Dank dahin finden können zusammen dass sich das auch eingespielt hat und auch Leichtigkeit ein Stück weit mehr reingekommen ist und auch mehr Stabilität auch in den Gesundheitszustand von meinem Vater aber trotzdem habe ich diese Verbindlichkeit bewusst gewählt aus Liebe zu mir selbst jeden Tag aus Neue dafür dankbar und glücklich und aus tiefstem Herzen wirklich dankbar dem lieben Gott dass uns diese gemeinsame Zeit geschenkt wird und ich somit auch in Freude und in Hingabe dieser Verbindlichkeit nachgehen kann weil diese Handlung einfach mich und mein Leben auch auf ganz neue wundervolle Art und Weise erfüllt und bereichert und ich dadurch einfach auch viel Güte und Wachstum und auch komplett neue Erfahrungen erleben und weiterhin erleben und erfahren darf ich danke euch für eure Zeit und ganz herzliche Grüße und alles Liebe für euch Hallo Micha Hallo YouTube Hallo Welt zum Thema Verbindlichkeiten gibt es gar nicht mal so wahnsinnig viel zu sagen allerdings schon wichtig ist ich gehe mal auch schwer davon aus dass du nicht eine Annuitätendarlehen gegenüber einer Bank meinst also Verbindlichkeiten gegenüber einer Bank sondern halte ich für eine Grundvoraussetzung für einen ernstzunehmenden Mann als ernstzunehmender Mann bist du pünktlich du übernimmst Verantwortung ganz wichtig und du hältst dein Wort meinen Kunden gegenüber bin ich selbstverständlich verbindlich wenn ich was sage dann kann ich das beweisen ich lebe nach dem Grundsatz behaupten und beweisen alles das was ich sage kann ich beweisen bin also an dem Punkt verbindlich ich bin verbindlich in meinen Terminen ich bin selbstverständlich immer pünktlich sollte ich das nicht schaffen rufe ich rechtzeitig an gar keine Frage und sollte ich den Termin überhaupt nicht hinkriegen weil ich vier Stunden im Stau stehe gibt es natürlich auch rechtzeitig eine Mitteilung ist ja klar das hat was mit Respekt dem anderen gegenüber zu tun und das hat was mit Anstand zu tun ich habe zwei Kinder und auch da bin ich verbindlich habe es gerade schon gesagt lebe nach dem Grundsatz behaupten und beweisen wie gesagt alles das was ich sage kann ich beweisen und wenn meine Kinder mir irgendwie so eine Räuberpistole erzählen wollen die theoretisch stimmen kann aber nicht muss möchte ich das gerne bewiesen haben das ist so dann kann ich sie halt auch an der Stelle ernst nehmen so was Frauen angeht ist das genau das gleiche selbstverständlich bin ich pünktlich und selbstverständlich wenn eine Frau mit mir ein Date hat und zu spät kommt flippe ich natürlich nicht nach 5 Minuten aus so neurotisch bin ich noch nicht aber wenn sie eine Viertelstunde 20 Minuten halbe Stunde zu spät kommt hat sie mir das zu erklären ist das für mich nicht logisch ist das eine rote Flagge der Umgang ist eben mit Menschen ziemlich wichtig wenn du als ernstzunehmender Mensch wahrgenommen werden möchtest dann hast du gefälligst verbindlich zu sein was Frauen angeht das habe ich schon mehrfach gesagt Arsch und Titten reichen nicht da braucht es ein bisschen mehr wie du das mal so schön gesagt hast okay Mädchen du siehst ganz süß aus aber was bringst du noch an Tisch bist du integer bist du verbindlich kann ich mich auf dich verlassen bist du ja ich habe gesagt planbar das meine ich nicht sondern kann ich mich darauf verlassen dass wir am gleichen Strang ziehen in Anführungsstrichen okay das ist aus meiner Sicht eben was Frauen angeht total wichtig ich möchte gerne eine Frau an meiner Seite auf die ich mich verlassen kann auf die ich mich verbindlich verlassen kann und sollte sie irgendwie Flausen im Kopf haben die nichts mit meinem Leben zu tun haben dann muss ich sagen halte ich das für eine rote Flagge es ist nicht verbindlich ich kann mich auf ihr Wort nicht verlassen von daher next genau also Micha mach damit was du willst alles in Ordnung viel Spaß weiterhin viel Erfolg und schönen Sommer schönen Urlaub an alle